Hallo Höhle! Hallo, heute suchen wir mich auf Akinator. Also mal gucken, wer mich als erstes bekommt. So seh ich schon wieder nichts. Ach ja, stimmt. Du hast die Übertragung abgebrochen. Mann, hab ich nicht! Doch! Nein! Hier steht's doch unten, Übertragung im Ganzen! Hab ich aber noch nicht. Ja. Die war aber weg. Okay, ich hab schon mein Alter eingetragen. Also, ich bin weiblos, da sind wir uns beide ein, jetzt. Ja, ich bin, ich find mich, ich bin berühmt. Ja, ich bin echt... Nein, ich bin keine Dragqueen! Nein. Ja. Nein. Nein, ich bin mit keinem YouTube... Nein, ich habe keine rote Haare. Nein. War ich schon mal schwanger? Ich glaube nicht, ne? Nein. Gefühlt gibt's das Bundesland Niedersachsen nicht. Weißt du, das gibt Brauntrack, aber Niedersachsen nicht. Wenn ich unter dem... Ich trage meine Figur ein Fischhemd. Was, was, was? Fischerhemd. Nein, ich trage kein Fischerhemd. Ich weiß. Nein. Was ist das für ne Frage? Ist deine Figur Gamer für Minecraft? Das klingt irgendwie merkwürdig so formuliert. Ja. Leider noch nicht 200.000 Abonnenten. Ja, ich bin nicht verliebt. Weißt du das? Ohhhh. Das fragt Akinato gerade und so gescheuert. Ja, hab ich gesehen. Reite ich auf einem schwarzen Pferd? Ne, ne? Ne, ich mach keinen Schwertkampf. Ja. Nein. Gefunden! Wie viele Fragen musstest du beantworten? 25 oder so. Aber der nimmt mein Bild noch nicht an. Also ich hab doch bessere... Prima! Nochmal gefunden! Wow! Warte... Oh, schau doch. Kann ich... Hier... Warte... Hat deine Figur einen langen Namen? Äh... Nein. Bin ja an Helena Nikwan. Ich glaub nicht. Erwartete Antwort. Mal gucken, ob ich irgendwas falsch angegeben habe. Wo ich irgendwie was anderes... Oh, ist deine Figur und dein Pseudonym bekannt? Bin ich ja eigentlich, ne? Äh... Ja. Ja, genau. Und da hab ich äh... Da wurde erwartet, nein! Ja, versuch ich... Und bei der schwarzen Brille hat der auch irgendwie nein. Ich hab aber ne schwarze Brille. Du bist echt schlau! Ja, sie gehört zu meinem Freundeskreis. Du dummer Akinato. Der hat schon was gefunden. Deine beste Freundin. Nein. Nein. Und nochmal nein. Du solltest es aus einem neutralen Standpunkt sehen, dann findest du mich... Ja. Däh. Ich hab' so doof dafür. Komm, wir spielen nochmal. Ja, du kriegst schwarze Kleidung. Nein. Tatsächlich oft. Nein. Nein. Nein, ich hab' leider keine Flügel, aber ich hab' Handy. Und ich lebe in Deutschland. Ja. Ja. Ja! Würde ich hier noch... Ich bin immer noch keine Drag Queen. Nein, leider nicht. Und ein bisschen fotografier' ich auch. Nein, leider nicht. Ich hab' nur etwas mit Sex zu tun. Irg. Frage Nummer 14. Nein, ich hab' nicht zu Krebszeiten. Nein, ich hab' nicht zu Krebszeiten. Ja, ich kenne Ukuleli. Also... Ist dir deine Figur sehr wichtig. Hm. Nein. Doch. Ein Scherz. Ja, solltest du aber machen, sonst findest du mich nie. Nein, ich wohne nicht in Concraft, das Zimmer. Und ja, ich bin älter als 15. Aber stimmt. Und nein, er fängt leider nicht mit Zorn an. Ich bin leider auch kein Halbdemon. Ich bin leider auch kein Mitglied der Gruppe KIZ. Wäre ich aber gerne. Ja! Seine allerbeste Freundin. Nein! Das ist immer noch nichts. Aber... Nein. Nein, ich bin nicht vorjährig. Und ich bin nicht bei Minecraft. Ich hab' auch kein Buch geschrieben. Ich bin nicht ruhiger als 16. Weißt du, erst fragt ihr mich, bin ich, bin ich, bin ich unter 18? Ja. Bin ich über drei... Die Frage, du mit dem Sex hattest, hab' ich jetzt gerade auch. Bin ich, hier, bin ich über 13? Ja. Bin ich, bin ich, bin ich, äh, vorjährig? Nein! Ich bin keine zwei Person. Ich arbeite auch nicht. Also, vielleicht, wahrscheinlich, das... Nein, ich bin immer noch mit keinem YouTuber zusammen. Ja, ich trage immer noch ne Brille. Ich bin immer noch nicht rot-haarig. Egal, wie oft du mich das fragst, Akinator. Ich hab' mich schon wieder gefunden. Ich hasse dich. Aber erst nach dem zweiten. Ist deine Figur männlich. Ich hab' vorhin, dass du, äh, weiblich bist. Aber egal, der hört nicht zu. Mal guck, ob du mich heute noch findest. Mal guck, ob ich mich in der Zeit noch mal ein drittes Mal finde. Leider hab' ich kein weißes Pferd. Ich hab' gern' ein weißes Pferd. Verdient deine Figur Geld mit YouTube? Nein, noch nicht. Ja, oder auch, weiß nicht. Ich benutze die ganze Zeit nur Ja oder Nein. Das ist so lustig, dieselben Antworten krieg' ich immer Honey raus. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Hier, spielt deine Figur Akinator. Ich glaube nicht. Ja, ich auch nicht, ne? Nein, ich bin nicht vorjährig. Ich hab' mich wiedergefunden, drittes Mal. Ich glaube nicht. Ja. Ja. Hast du mich sonst gefunden? Nein, immer noch nicht. Ja. Du bist nur bei Frage 250. Oh, ich bin keine Flasche. Ja. Ja. Nein, du bist nur bei Frage 250. Ich bin nicht die Flasche in ConCrafters Zimmer. Nein. Nein. Leider nein. Oh. Tauere. Ja, ich bin süß. Voll süß. Ja, bin ich. Ja. Ja. Sie zeichnet deine Figur gerne? Nein. Ja. Ich hab das Gefühl, dass irgendeine Frage komisch beantwortet. Ja, ich bin in einer Beziehung. Ja. 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 Immer noch. Nein, leider nicht. Ich wünsch, du wärst meine... Nein. Ich wünsch, du wärst meine Schwester. Nein. Ich wünsch, du wärst meine Schwester. Aber ich will meine alte Schwester auch nicht vergeben. Dann wär willst du eine Britte, Schwester. Ja, spiel dich. Wenn du das jetzt richtig machst, kriegst du mich. Ja. Du wirst es mich gleich kriegen. Hast du schon mal mit mir geflascht? Ich glaube nicht. Ja. 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 Ich hab mich doch keinen eingeklickt. Ja. Nein. 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 Ja. Immer noch. Auch nach der 75. Frage. Pst. Jetzt wirst du mich aber langsam befinden. Nach dir hat sich das auch. Ja. Ja. Jetzt wisst ihr alle, dass ich BHs trage. Ja. Nein. Butter. Achso. Nein, das ist sie nicht. Nicht. Gibt mal ein. Ich trage nicht. Ich komm nicht vor, glaub ich. Ich glaub ich komm nicht vor. Nein, komm ich auch nicht. Dann trägt dich auch jeder x-beliebiger YouTuber ein. Ja. Das ist das untere. Meine Frage ist nicht in der. Ja. Eine Klassenkameradin. Jemand der in deiner Klasse ist. Beste Beschreibung. Ja. Weißt du das? Ja. So ein Genie ist das jetzt auch nicht. Ja. 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 Ich hab grad nicht mehr so schön. Traine. Nun T. Nein. T L E. Äh T L A E. N E. Ne. A E. Ich werd ich geschrieben. Hab ich doch immer stopiert. Und dann E P's. 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 Was kann das noch rein? Und das. Was A E. Doch richtig du. Ja. Ich hab mir aber nichts gesagt. Ganz unten. Das war eine Falle gestellt. Geht hin. Jetzt spielst du doch mal und findst dich. Oh oh. Das ist ja wieder lustig. Du spielst so lange bis du mich findest. Ja. Ernsthaft? Ja. Ja. Ui. 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 Jetzt kommt Hannibal. Ja. Ich bin besser als Akinator alter. Nein. Was denn? Nein hab ich nicht. Nein. Muss ich nicht. Ich spiel in Minecraft. Ja. Mach mal. Nein. Ich spiel jetzt nicht Minecraft. Aber ich bin in Minecraft letztlich. Nein. Noch nicht. Nein. Ich trau auch nach dem 5. Mal noch ne Brille Akinator. Cool oder? Ja. Er lebt grad voll lange. Hallo. Leht doch. Siehst du doch da oben. Ich weiß. Lade. Lade. Wahrscheinlich hätte er dich jetzt gefunden. Er hätte mich jetzt gefunden. Und jetzt leht er einfach. He. Was läuft bei dir falsch? Habe wieder raus vielleicht. Warte ich bin noch zurück. Ja. Wir kriegen das heute noch hin. Ja. Nein. Nein. Ich bin keine Drag Queen. Noch nicht. Ich hab kein Habe schon auf Kauf. Immer diese Bibi Fragen ne. Das sind jetzt irgendwie alles hier Bibi Fragen. Nein. Ja. Aber ich hab's gelöscht. Ich bin aber drauf. Nein. Ja. 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 Ich hab dich gestillt oder gefüttert. Hast du jetzt 2.5 Jahre geklickt? Ja. Ich hab keine Finger. Nein. Ich weiß nicht auf jeden Finger. Das kommt dann bestimmt deine Mama oder so. Ja. Ich weiß zur Brille ja. Da kommt die. Die Frage hat deine Figur eine rote Brille. Jetzt lädt's schon wieder so lange ne? Mhm. Ich glaube das wird doch nix mehr. Ich mach das jetzt an dieser Stelle mach ich das ganz schnell. Auf jeden Fall. Jetzt schon wieder Internetfehler. Wie scheiße was? Schließ mal die. Schließ mal. Schließ mal und geh nochmal neu auf Aknato. Warte. Ich denk an. Oh. Geht doch echt. Da kommt eh nix. Da kommt nix mehr heute. Nee. Hatte ich auch schon. Schließ doch mal deinen Browser neu. Äh. Äh. Neu. Ich denk mal irgendwann. So. Jetzt sehe ich. Bild. 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 Wenn ich jetzt noch ein Bild machen würde dann wäre es ganz schlimm. Ein Bild. In eine 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 Bild. Und so weiter wie es geht. Das ist jetzt zwar kein Movie Star Planet Let's Play. Aber ich mach eins draus. Hehehe. Wenn sie so lange braucht. Komm. Wir finden mich nochmal. Kannst du jetzt mal deinen Browser durchstarten? Sehr wenig. Ich hab keine Schuld. Geht. Ich will das denn eigentlich schon so spät. Mein Fuß fällt ein. Nein. Mein Akinator spinnt. Nein. Nein. Jetzt hat das geschlossen. Och fuck. Jetzt muss es auch öffnen. Oh ich hab mich verletzt. Hm. Okay. Nee das Problem ist. Hm. Mach ein Akinator glaube. Der findet den Akinator nicht mehr. Der findet die Quelle nicht mehr. Das ist irgendwie richtig scheiße. Bei denen. Wen denn sonst? Echt mal. Hautsch. Mein Kekke weh. Oh. Der will nicht. Gar nicht mehr? Nee. Guck mal. Überlastet wahrscheinlich. Total. Moment. Du hast mir die dreckigen Kreisen hinzugefügt. Hm. Ich halte das wenn ich ein Video stoppe oder irgendwas da drin mache. Dann kommt immer meine E-Mail Adresse. So. Ich will mal sagen. Das wird nicht mehr. Ich klicke das auf. Du ja. Aber ich nicht. Komm wir machen einfach eine Folge Useless Web. Das funktioniert immer. Oder? Das hier wird nichts mehr. Bei mir geht das auch nicht. Also Leute. Tschüss. Bye bye.